Hallo Leute, neues Video. Wir sind hier wieder in Batzat Zedford und wollen jetzt mal Noahs neue Spike austesten. Das haben wir gestern abgeholt. Beto Sway mit Noah Harbs und so. Mega fresh. Einfach Gold. Wir fahren uns erstmal ein an diesem Double-Zier. Machen wir ein paar Tricks so. Und dann geht es halt wieder rüber da drüben zum Maytail und so. Hast du Bock Noah? Ja. Erstmal die ganze Mannen Double-Line. Let's go. Yo. Follow Cam. Von Noah. Stees. Whip. Yo. Topo again. Und der Tire-Grab. Let's go. So. Machen wir ein Bar-Spin. Ein bisschen Trick-Sprung. Oh nein. Oh. Bruder, scary. Mein Gott, dicker. So schlecht, Alter. Scary, aber ich mach noch einmal. Wir sind jetzt hier an der Slopeline mit dem Waytail und so. Wir fahren jetzt erstmal die erste Runde hier heute. Wir sind gestern schon ein bisschen gefahren. Let's go. Noah fällt vor. Nee, die soll ich vor. Ich soll vorfahren? Ja, die soll ich vorfahren. Wenn du meinst. Teerehmladbach zum 對ere, dervs知道 traffic. Oh nein. Oh-атte-Leon. Oh nein. das ist mal die andere line mit dem kicker und dann bonalock und dem anderen kicker die ist ein bisschen scary weil der boner ist so schmal oh mein gott digga okay zweite runde boner ich versuche mal ein bisschen cleaner sorry leute übrigens für die windgeräusche habe das windding so vergessen den windschutz ich hoffe es ist nicht zu schlimm immer nur die line ja 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 tables jessi jessi tables let's go ach scheiße ach der komm mal leid komm komm mal kopf komm mal leid 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 wir finden jetzt die line ja genau bei den nordschoren komm mal rein ich habe keine ahnung was er da gelabert hat gemacht und das will jetzt nochmal machen guck mal nach yo hä wow bettosway macht es bettosway bettosway jetzt nochmal doubles steve huge whip sea grab not monster den norr haut jetzt einen fetten wurd raus mit max Hurry up man Gotta represent